... und sie will nicht sprechen. Deshalb werde ich reden. Aber das ist Maria Baraschola, die Künstlerin, personally. Bitte willkommen. Und ja, ich würde auch gerne den Herrn Morat, um zu bitten, noch zu uns zu kommen, damit wir auch schöne, komplette Fotos haben. Ich werde es nicht lange aufhalten, mir wurde, mich hat meine Mutter etwas über sie zu sagen. Es ist immer schwer, etwas über die eigene Mutter zu sagen, aber ich empfinde sie nicht nur als Mutter, aber auch als Künstlerin. Und es kann Ihnen wahrscheinlich auch sehr klar sein, dass es sehr interessant ist, in so einer künstlerischen Atmosphäre aufzuwachsen. Also ich bin mit Skulpturen aufgewachsen und für mich war das eine sehr schöne und interessante...